1 und 2 und 3 und 4 und 50, 4 und 17, 19, 20, 10 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein Werden wir Weltmeister sein Wir haben nicht die höchste Spielkultur Sind nicht gerade filigran Doch wir haben Träume und Visionen Und in der Hinterhand ein Masterplan Für unsere langen Wege aus der Krise Und aus der Depression Lautet die Devise Nichts wie rauf auf den Fußballton 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 4 und 70, 19, 20, 10 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein Werden wir Weltmeister sein Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal Wir als Gast in Südafrika Wir als Gast in Südafrika Wird unser Traum dann endlich wahr 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 4 und 70, 19, 20, 10 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein Werden wir Weltmeister sein Wir als Gast in Südafrika 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 Unbenetz Ich bin bereit! Du bist bist so schön aus! Guck! Wolle siehst du? 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 Ek paus. Wolle siehst du? Empругa messekt! Wie war das bei dir mit der Laufübung? Wie war das mit den Technikübungen? Wie war das mit deinem Teamgeist? Wie war das mit deinem Fährspiel? Und die Besprechung jetzt? Es sind vier Punkte, Jonathan, es sind 121. Jonathan bekommt die nächste Überraschung. Kannst du noch einmal nach vorne kommen, Jonathan? Ich habe eine Frage. In blau oder in rot. Kriegt jeder eine? Ja, 120 Punkte. Wie war das bei dir mit der Laufübung? Mit den Technikübungen? Mit deinem Teamgeist heute? War heute nicht so gut? Wie war das mit dem Fährspielen? Nein. Auch nicht gut. Und die Besprechung jetzt? Ja. Gut. Es sind drei Punkte, es sind 119. Jo! Es fehlt leider ein Punkt. Nein! Ich finde Fußball toll. Ich will früher ein Fußballprofi werden, der beste Fußballspieler auf der ganzen Welt. Ja, ich möchte gern später Fußballer werden bei Deutschland. Ja, und das Fußball hier gefällt mir sehr, mit Frau Düge und Herr Sonis zu trainieren. Ja, und es macht mir auch sehr Spaß mit Freunden zu spielen. Ja, und später werde ich dann auch Fußballer. Ja, ich finde beim Fußball gut, dass Fußball einfach toll ist und dass man Tore schieben kann und den Ball haben kann und aufdrehen kann. Und das war's. Jemand? Ja! Ich JU helped. Ja, Süss. Super. Ja. Ja, und da war's. Ja, wegen der Fußball in Europa. htürön. Ja. Oh- Wik-か kunst Oh- бор tut der Put聯 auch her. Ja geht. Vielen Dank.